Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich Tacker-Nadel bei so einem Heftgerät oder auch bei so einem Handtacker richtig nachfüllen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Beide Geräte hier haben ein relativ ähnliches System zu nachfüllen. Wichtig ist jedoch, dass wir auf jeden Fall die richtigen Heftklammern bzw. Tacker-Nadel hierfür verwenden, denn sonst geht gar nichts. Bei so einem Heftgerät für das Büro ist es bei den meisten Modellen so, dass man das Oberteil einfach nach oben hin aufklappen kann. Hier innen drin der Kleider geht entweder automatisch mit nach hinten oder man muss diesen mit dem Finger einmal nach hinten ziehen und dann nehme ich mir mal die Ersatzklammern zur Hand. Wichtig ist, dass die zwei Spitzen hier nach unten zeigen, so wie es natürlich danach auch aus dem Gerät ausgegeben werden soll und jetzt einfach mal von hier oben das Ganze einfügen. In meinem Fall passt sogar noch ein zweites Päckchen hier rein und schon kann ich nämlich mein Oberteil hier wieder schließen. Der Schlitten geht automatisch wieder nach vorne dank der Feder und schon haben wir unser Heftgerät auch schon nachgeladen. Bei so einem Handhacker für Handwerker hier haben wir ein ähnliches Prinzip. Doch bevor ich beginne, wenn das ein elektrischer Handhacker wäre, unbedingt einmal vom Strom nehmen, was bei mir jetzt jedoch nicht der Fall ist. Dann einmal den Auslöser suchen. Bei mir ist er hier hinten am Griff dort. Ich drehe es also etwas und man kann hier schon den Mechanismus sehen. Ich muss nämlich diesen Auslöser jetzt leicht nach innen drücken, nach unten ziehen und schon kommt mein Kleider hier mit dieser Feder auch schon raus, was ich einmal entnehme. Jetzt stelle ich meinen Handhacker einmal auf den Kopf, nehme meine Ersatzklammern hier, schaue, dass die zwei Spitzen wieder nach unten zeigen, so wie sie hier natürlich auch im Nachhinein wieder rauskommen sollten und lasse diese einfach einmal hineinblumpsen. Wichtig dabei ist auch noch zu sagen, du solltest nicht zu viele Klammern auf einmal hineingeben, denn sonst wird es mit dem Kleider da hinten gleich etwas schwer. Ich setze meinen Kleider also wieder richtig rum von hinten hinein, schaue also die zwei Spitzen, dass die nach unten schauen, gebe diesen in meinen Handhacker hinein und jetzt die Feder einmal etwas eindrücken und leicht nach unten gehen, weiterschieben, nach oben und rausrasten lassen. Das machen wir so lange, bis wir hier dieses kleine Klacken hören, also diese kleine Metallspitze hier oben einrasten, dann ist der Auslöser auch wieder fest. Auch hier schade es natürlich nicht, wenn wir einmal überprüfen, ob es auch wieder funktioniert. Ich gebe jetzt etwas Druck hinauf und das ist ein altes Stück Holz und wir können auch sehen, dass die Tackernadel wieder richtig drinnen ist und somit haben wir auch unseren Handhacker bzw. unser Heftgerät von vorhin schon richtig nachgefüllt. Du solltest übrigens immer darauf achten, dass du genug Ersatzklammern zu Hause hast, denn es ist sehr ärgerlich, wenn diese einmal ausgehen und zu Hause einfach keine vorhanden sind. Wenn du dir jetzt also solche Ersatzklammern hier oder sogar ein neues Heftgerät bzw. einen neuen Handhacker zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller und zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hier verfahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.